Topfgucker TV empfiehlt. Bonjour und herzlich willkommen im C'est la vie. Mein Name ist Deborah. Mein Name ist Inga. Und gemeinsam haben wir im Jahre 2015 das C'est la vie eröffnet, basierend auf der Idee, ein kleines Stückchen Frankreich nach Leipzig zu bringen. Im C'est la vie versuchen wir Gastfreundlichkeit und gute französische und regionale Küche anzubieten, gepaart mit insgesamt 200 Weinpositionen, die allesamt aus Frankreich standen, die handverlesen sind. Wir haben die Winzer besucht, sind jedes Jahr drei, vier Wochen in Frankreich. Wir verkosten die neuen Jahrgänge von schon bestehenden Weinpositionen, suchen neue Weine. Und schlussendlich ist aus den ursprünglich 40 Weinpositionen, mit denen wir vor sechs Jahren begonnen haben, sind jetzt über 200 geworden. Und was können Sie von unserem französischen Gourmet-Restaurant hier in Leipzig erwarten? Im C'est la vie finden Sie moderne Interpretationen von traditioneller französischer Küche. Und nun wünschen wir Ihnen Bon Appetit in der Küche mit unserem Chefkoch David Mahn. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de